hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge sims 4 boys and girls so ich habe mir überlegt ich habe jetzt einfach mal den nachmittag hier laufen lassen ein bisschen geld anzusammeln und ich werde jetzt ein bisschen hin das haus verschönern kann mir überlegt ich werde es ein bisschen anders hinstellen grün stück und haus verschieben ist das meine ich will ein bisschen mehr platz haben hier oder hier hat nicht wie ist das jetzt gemeint so wie sieht das jetzt aus nein das ist falsch natürlich so wollte ich es nicht haben das so die tür vorne jetzt wieder ja perfekt die tür ist vorne so haus ein bisschen verschoben ich habe jetzt hier hier ein bisschen platz ich könnte ich hier auch etwas cooles machen so erst mal nein ach so herr ich wollte sagen okay so ja hier haben wir ein bisschen nach hinten geschoben ich würde ich habe jetzt hier ein bisschen platz und hier so erstmal will ich so einen weg dahin machen und fragen was kann man dann nehmen da gibt es so straßen zeugs weg hier so sowas in der art oder boden ich brauche einfach heißen boden naja das aussieht na ist das hier fall fundament quadratisch gut auch so bad boden muster fundament man auch nicht brauche kein fundament ich brauche boden muster ich brauche irgendwie so ein betonscheid wisst ihr was meine wände und leere zimmer treppen zäune aber zäune geht ja nur das stimmt wie man eine wand erstmal platziert wand ist teuer kann ich außerhalb des gründstück platziert werden ach das muss innerhalb des gründstücks ok das heißt muss das hause verschieben so ungefähr das heißt muss das haus so habe ich ein bisschen platz wieder ok warum kann ich das hier nicht bauen das check ich nicht naja gut wenn das spiel das so will wenn ich dann nichts auf meinem gründstück bauen darf ihr denkt wahrscheinlich sicherlich boah du hast größere sorgen als ein zaun ja das stimmt habe ich auch aber ich will sagen wo ich es ist ja nicht so teuer wenn man das geht sieht ein bisschen aus wie so eine ranch und das ist eigentlich viel feier das voll solche zäune zack so fest ich finde das ist cooler aus wenn man so ein zaun hat so und das ist vernünftig einfach aussieht was das sind jeweils man skulpturen fok aha aha säulen geil so geil so genau in der mitte perfekt links und rechts ein block frei für die ocd geschädigten dann brauchen wir noch so ein hä was aber nein ich versuche das system hier muss das mit einem zaun verbunden werden oder was das wäre geil wenn ich sowas hätte hier über das ding so gelände tools grün von neid machen wir denn so eine grüne das kostet aber kein geld nah ist sehr gut sahara überraschung hier so ein weg aber kids geht immer da weg das genau dann recht unpassend gekommen wenn ich hier den boys was nices machen will wo ich mache erstmal grünes nices grünstück der pool wird vorne sein keine sorge aber diese kacke kann man weg hier hat machen so ein bisschen wiese da geht das geht aber nicht hier nach so okay dann bis hier so quasi der eingang so weil haben wir denn hier so stein und pflaster ah boys papi hat es gefunden so irgendwie das müsste natürlich was besser sein wartet mal ich gehe noch mal kurz hier hin und das hat sich gehabt ich werde das nein ich muss es mal schöner machen so diese säule ne okay so dann gehen wir noch mal kurz was das haben wir hier Gartenerde ne das brauche ich nicht ich hatte das hier glaube ich oh wie schön ey ich weiß nicht was ich für die Fortnite Gamer hier mache ey so krass das sieht aus Sleku aus oder boys was sagt ihr ey nice oh nein shit aber ich wollte ich zu viel so nice okay soll ich vielleicht noch mal hier so ein Zaun ne hier werde ich jetzt eine Schaukel für die boys platzieren war das hier ja erstmal im Pool das ist gar nicht so teuer so so was ist das hier äh kleiner Tanz einer Wasserspender okay schauen wir mal was es ist okay gucken wir mal so naja mhm ach guck mal hier kannst du auch ach cool leidens teuer juuu schreck damit so dann brauche ich das hier noch damit die rein raus können wie auch immer weil ja klar dass ich jetzt das nicht machen kann ähm warum habe ich kein ich brauche ein Rand ne nix zum ändern was ist das überhaupt mehrfarbige Poolleiste ja ich muss doch so eine leiste hier anbringen achso die kriegen das in schwarz so ja vielleicht brauche ich das Ding ja auch gar nicht so teuer die scheiße so nice eine kleine Umbauaktion das Haus sieht slick aus jetzt ey boys ey guck mal da wow shit wer ist grad da wer hat grad Zeit R.E.O.G sag mal den Mädel also weggehen und dann kannst du schwimmen ähm warte mal geht das nicht wegen des deswegen oder was warte mal was das für ein scheiß Pool wenn ich da nicht mal schwimmen kann Poolwasserarten rum rum ne warum kann ich meinen Pool so nicht benutzen leisten könnte ich mir das probier gleich nochmal mit jemandem hier rein geh bitte Onkel Aria hat keine Zeit gerade für dich da musst du ihn glaube ich einmal den Bolarian so und neu machen weil ähm nicht cool wenn ich meinen Pool nicht nutzen kann nicht genug Geld Juhu wofür brauche ich denn naja ich muss schon gerne wissen wie viel Geld ich bräuchte auch nicht ok dann müssen wir warten bis Cochardin dann nach Hause kommt und ein paar zerquetscht und wer ist schon zu Hause Aria die Schnauze guck mal wie schlick der Garten jetzt aussieht so schön gepflegt ey geil hier so einen nice Zugang zu den boys mit einer Säule hier Fortnite Gamer Castle vielleicht sollte ich hier auch so einen Zaun machen so einen nice was sagt ihr boys Joshi Sam Angeln ne Alex Wagner oh das nervt nicht warum kann ich kein Pool gerade nicht bauen ja das ist aber auch lustig was ist das ah die kann man auch bestimmen ach du scheiße was ist das denn ey natürlich nicht ey was ist das denn für ein Dreck Idee überhaupt warum ist das nur so beschissen baubar ey so stellt man sich doch sein Pool nicht so schief ja wir müssen uns ein geschehen wir haben kein Geld wir müssen irgendwas verkaufen warte mal den scheiß weg damit Junge Junge was könnten wir verkaufen um schnell ein Geld zu kommen das hat uns ein bisschen Geld gebracht ok vielleicht ein PC ne hat immer so naja den Sofa kann ich auch noch ersetzen Pool also ein achteckiger Pool viereckiger Pool den hatten wir ja gebaut gerade aber Naja, so Für den Anfang reicht dann dieser kleine Arimbingba Geschwimmen Das sieht aber tief aus, kann das sein? Oder Täuscht mich das gerade So tief wollte ich ihn eigentlich Das kann ich nicht haben, erwarte mal Naja Bevor irgendwas passiert Nice to pool, Ari, ne? Du kannst ein bisschen schwimmen üben Auf Rücken treiben lassen Yeah Boah, heiß Okay, die WG haben wir ja schon mal ein bisschen verschönert Ich weiß nicht, wie steril das aussieht Aber voll gut Ich verstehe nicht, warum das hier so falsch angezeigt wird Obwohl, naja Musch ich irgendwie synchronisieren oder so Damit das da aktuell ist Immer Warum pennt ihr hier? Toxic Greeny Highway Ihr könnt auch schwimmen gehen, solange Da ist es dunkel Harry Harry, du kannst auch pennen Alle einmal pennen Na ja, muss man nicht verstehen Schlafen Genug Genug treiben lassen Highway Ist drin Harry Ist drin Wer ist noch nicht drin? Der Toxic Guy Oder geschlafen Oder geschlafen Alle einmal schlafen Roo Die Boys Warte mal Wer schläft noch nicht? Alle haben schlafen Aber warum geht das nicht schnell? Muss ich das verstehen? Oder macht irgendeiner nur ein Nickerchen und nicht normal schlafen? Oder bricht hier gleich jemand ein? Ach, wahrscheinlich war das Kind hier mal im Haus rum Jetzt ist sie raus Ne Boys Sachen gibt es Okay, Gran Canaria ist aufgestanden Er geht auf die Toilette, boy Granny Wir gucken die auch zu Die Boys Es bitten wie Toys Oh, ein chilliges Haus da Alle am fahren Und 4.30 Eierweier 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 Wer stinkt hier von euch? Kaut passt man häufig auf Ist der Proto-Täler nicht mehr auf Duschen gehen Taylor Okay, Chaos ist aufgestanden Wo gehst du hin? Auf Toilette Okay, alle wollen es auf Toilette Aber es macht ja Sinn So, was macht der Highway Alle gehen 100% Erstmal alle am PC Taktik und Heierweier Spiel Fußball Taylor Du Gehst Duschen Trinken, ey Du trinkst eben weg und fertig Brauchst du da jetzt nicht 20 Minuten zum Trinken, ey Ne Boys Erntefest Erntefest The fuck Jojo Entlippt mich nicht Achso, nein Feiertag Oh, haben wir Feiertag Alle frei Nice Ja shit Ja shit, wir haben 15 Dollar, ey Wir können doch kein Geld verdienen Shit, wie geht es pleite Officially been broke Aber es ist doch geil aus, ne Gut, das ignoriert mal Ich weiß nicht, warum das so Wirst du zu Vita oder was Ähm Wird doch nice aus Richtig geil eingezeugt Eigentlich müsste jetzt auch der andere Sound zu sehen sein Zumindest hier Aber was ist das Zwerg besichtigen What the fuck Kaffee geben Was ist denn hier los Was ist hier schon hinten los Okay, naja Muss man nicht verstehen Taylor Guckt euch uns mal an Was hier ist Wir haben Feiertag von 6 bis 2 Okay Was ist das denn Dein Buch läuft nicht weg, boy Okay Seltenheit, gewöhnlich Energiegeladen, Dekor Emotionale Aura aktivieren Hä Grants 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 Im Inventar platzieren Was ist das hier schon wieder von die Kacke Der Taylor will treten Das macht ihm Spaß Das ist der nächste schon Da hat er Spaß dran Da hat er Spaß dran, der Taylor Herzlichen Glückwunsch Du beginnst in deiner Elementensammlung Okay Logan Paul Was Okay Kein Bock auf die Typen jetzt hier Da Zwerge Was ist hier los, boys Ey Das kostet schon Döner Du läufst am Müll vorbei Aber nimmst nicht mit Ey, warte mal Oh, ihr braucht eine Mülltonne Shit, aber boys Ich kann euch gerade Ich kann euch gerade keine bauen Weil ich kein Geld habe Scheiße Was brauche ich denn Oder wie viel brauche ich Für draußen So eine Tonne auf Rädern 175 Shit, ey Ich muss irgendwas verkaufen Oder ich muss warten Aber An dem heutigen Feiertag Wird keiner Geld verdienen Und nach Hause bringen Irgendwas Shit Oh, wie Andi ist am Stösel, ey Was mache ich da Ich reg mich über den Müll auf Geh die mal besuchen Und schimpfen wir mit denen Äh, doch nicht Okay, dann nicht Dann nicht Boah Oder geht er zu der da hinten Zu diesem Müllhaufen hier Dude What is you doing Here Over here There Na dann Macht das mal, boy Wenn es dir Spaß macht Ich habe irgendwelche Zwerge Bei mir im Garten Hier scheint alles kaputt zu sein Bei den Boys Das äh, Ari Reparieren Was ist denn, boy Ich habe ja nicht mehr Geld Um Okay, wir machen folgendes Ich werde jetzt was zu essen kochen Für die Boys Und alles reparieren Warte mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann Ach, die Mülltonne mit Müll verkaufe ich So Ari repariert das Scotcher Döner repariert Die Toilette So Okay, Toxic geht schwimmen Nice, Boys Haben wir noch viel geschafft In dieser Folge Ich würde sagen Wir haben jetzt dieses Haus Wir gemacht Wir haben auch schon das Haus Von der Browser WG gemacht Wir werden in der nächsten Folge Mit der Browser WG spielen Und dort ein bisschen Shit machen Vielleicht gehen wir mit denen auch Wieder pumpen oder so Oder Nachtclub oder so Das ist immer ganz lustig Boys Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder bis dahin Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal